Christel Jolitz aus Naugart hält sich mit ihrer zweijährigen Tochter Gisela, ihren Eltern und Verwandten in einer Laube versteckt. Und dann kam ein Russe und dann, Frau komm mit und wir haben gesagt, nein, wir gehen nicht mit. Und dann hat er sich die Tochter von meiner Schwester Schwiegermutter, also die Schwiegerin, genommen und ist mit der rausgegangen. Da muss ja noch ein kleiner Stall gewesen sein, jedenfalls hörten wir bloß drei Schüsse. Dann kam er zurück und dann haben wir ihn gefragt, ja, er hat ihn totgeschossen. Da hat sie sich wohl widersetzt. Und nun wollte er uns dann auch haben und da haben wir gesagt, nein, wir haben auch gesagt, dann lieber soll er uns totschießen. Und dann hat er zuerst die Oma Schwichtenberg totgeschossen. Als wir dann merkten, dass es warm machen würde, uns totschießen, da haben wir angefangen zu beten. Und da haben wir alle zusammen gebetet. Und danach hat mein Vater allen die Hand gegeben und auf Wiedersehen gesagt. Und dann hat er den Vati erschossen. Und dann rauf meine Mutter. Er sah ja nun, dass ich noch lebte. Da zog er mich vor. Meine Mutter lag so schräg neben mir. Da zog er mich vor, dass ich auf ihr zu liegen kam. Und da merkte ich, dass ich einen Schuss auch hatte im Bein. Das war der Kopfschuss meiner Mutter. Der war mir durchs Bein gegangen. Und dann hat er mich vergewaltigen wollen und ich habe mich widersetzt. Und dann hat er mich geschlagen mit dem Gewehrkolben auf den Kopf. Und dann dachte ich, nun musste er ohnmächtig werden. Ich wurde aber nicht ohnmächtig. Dann habe ich mich so gestellt, als wenn ich ohnmächtig bin. Er hat die ganze Zeit gelegen. Hat er mein Herz abgehorcht. Hat er darauf gehorcht, ob ich noch liebe. Und dann hat er mir die Hose aufgeschnitten, alle Sachen aufgeschnitten und hat mich vergewaltigt. Und dann ist er losgegangen. Nein, dann ist er nicht losgegangen. Hat er einen Schritt zurück. Guckt er in den Kinderwagen. Das Kind lebt noch. Dann hat er noch drei Schüsse durchs Verdeck in den Kinderwagen gegeben. Da habe ich nur gedacht, warum war nicht einer für mich?